Also ich fühle mich in dem Programm sehr gut. Es hat mir mehr Energie gegeben oder es gibt mir mehr Energie. Ich habe mich vorher nicht so gut gefühlt. Ich war auch müde, energielos und eben nicht leistungsfähig und jetzt fühle ich mich sehr gut damit. Ich bin auch sehr zufrieden damit, da ich jetzt wieder Milchprodukte vertrage und alles essen kann. Und das ist wirklich eine sehr schöne Erfahrungen für mich. Also das Programm gefällt mir sehr gut, weil es ganzheitlich ist. Es schaut auf den ganzen Menschen und nicht nur auf den Körper, also nicht nur auf die körperliche Funktion, sondern auch die ganzen Menschen in seinem Wesen. Und das ist eben das, was das ausmacht und was die Essenz des Ganzen ist. Danke Arturo, dass du das Programm mit mir machst und ich fühle mich sehr gut damit und ich will dir ganz herzlich danken, dass du das mit mir zusammen durchführst. Ich habe viel verändert und jetzt fühle mich sehr komfortabel und ich bin self-confident und ich bin mit mir mit mir. Vorher war ich sehr weig und ich fühle mich empty und ohne Energie. Und oft war ich sehr tired in der Morgen und nach dem Überschuss war ich sehr tired. Und jetzt ist die Energie und ich habe gute Energie und ich fühle mich gut, denn ich kann alles essen. Ich fühle mich sehr komfortabel mit mir und sehr gut mit mir. Und das ist sehr schön zu erkennen. Es ist für alle, nicht für die Menschen, die Probleme haben oder so. Es ist ein Programm für den ganzen Körper. Bis zum nächsten Mal.